Der Hass lässt hier. Der Hass lässt hier. Der Hass lässt hier. Der Hass lässt hier. Ich bin verdammt, weil ich, weil ich so schlecht mein Amt verwaltet habe. Wer bist du? Judas? Nein. Gleichmann. Ich muss jetzt gehen. Mit der Hölle. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Du weißt noch, was du zu sagen hast? Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Vielleicht bin ich Gott. Es ist der Nächste dran. Wer ist der Nächste? Der Nächste Kein oder der Ehre. Der Nächste Kein im Namen des Dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin der Kein. Der Dreifaltigen Gottes. Ich hab einen Boden geschluckt. Ich will nicht den Auszug. Der Nächste Kein im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Nächste Kein im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Nächste Kein im Namen des Dreifaltigen Gottes. Der Nächste Kein im Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Dreifaltigen Gottes. Du bist der Nächste Kein im Namen des Peinens. Du bist der Nächste Kein im Prager hinaus. Gott, ich dienen wollte. Ich wollte selber herrschen. Ich wollte selber herrschen, obwohl ich nur die Schöpfe war. Doch, das gehe ich nicht. Im Namen des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszupahren und der Ansehlichsten Jungfrau die Ehre zu bringen. Im Namen der Ansehlichsten Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszupahren. Geh nicht raus! Im Namen des treibaldigen Gottes, des Vaters und des Sonnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszupahren und der Ansehlichsten Jungfrau die Ehre zu bringen. Du wolltest dich im Himmel nicht unterwerfen, du musst es, du musst dich auch jetzt unterwerfen. Den treibaldigen Gott, der auszupahren und auch den Heiligen Engeln, Heiligen Herzigen und Michael, beuge dich bis hinab, im Namen des treibaldigen Gottes, im Namen des treibaldigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszupahren und nie wiederzukehren und nie wiederzukehren. Ich finde das, das ist der große. Du kannst erst das, das offizielle Gebetsprache, das offizielle Gebetsprache, und dann, und dann sehen wir das große. Oh, krass. Oh, ideology. Oh Ramus Oh Ramus de Deus Omnicados? und spiritus illiquitatis ambrius non habia protestatin in high carmola tua Anneliese. ahi azzzz....